Nun hat die EU einen Gasnotfallplan vorgelegt, eine Beteiligung der Parlamente ist dabei nicht erwünscht. Um Gas einzusparen empfiehlt Brüssel öffentliche Gebäude nur noch auf 25 Grad zu kühlen und im Winter nur noch auf 19 Grad zu heizen und dabei vermehrt auf Fernwärme oder Wärmepumpen zu setzen. Die EU-Kommission zwingt die EU-Staaten, den Gasverbrauch um 15 Prozent zum Schnitt der vergangenen fünf Jahre zu reduzieren. Die Privathausseite bleibe natürlich auch nicht verschont, die sollen ihre Heizungen freiwillig herunterdrehen. Die EU-Kommissionspräsidentin Frau von der Leyen geht davon aus, dass es eine vollständige Unterbrechung der russischen Gasversorgung gibt. Gleichzeitig haben wir heute die Meldung bekommen, dass der Gaspreis um bis zu 30 Prozent gestiegen ist. Warum? Weil Russland die Meldung gegeben hat, dass man mehr Gas nach China liefert und weniger in die EU und ich würde mal behaupten, die Sanktionen, die wirken. Zwar nicht gegen Russland, aber gegen die Bürger der EU und vor allem in Deutschland. Oder wie seht ihr das?